Max Reis, die Startnummer 28 vom Nays Racing, war im Zeittraining Schnellster bei den Mikro und geht hier in Wertungslauf Nr. 1 von der Pole aus. Neben ihm, da rollt an den Start Finn Grube. Mit der 31. In der zweiten Startreihe sehen wir mit der 81 vom Beulekart Racing Team Enrico Förderer und die 22 Tom Muller, ebenfalls ein Starter des Nays Racing Teams. Raphael Balzer mit der 17, ebenfalls vom Beulekart Racing Team und die 21 Mikro Mikro bilden Startreihe 3. In der vierten Startreihe, da sehen wir Alesio Ladan, die 42, zusammen mit Taim Saleh, die 30. Tom Reger, die 88 und Jonas Ungnader, die 16, dann in Startreihe 5. Und aus der sechsten Startreihe rollt an den Start mit der 80 Alexander Klügel und die 55 Luis Detting. Luis Romeo Reichel, die 77, macht das Feld in der siebten Startreihe dann komplett. Ja, jetzt geht es wieder um 25 Punkte zwischen Max Reis, Enrico Förderer, Raphael Balzer, Tom Muller. Das ist ein Viergestirn an der Spitze der laufenden Mikromeisterschaft 2018. Max Reis, der in Körpen seinen ersten Laufsieg in der RMC herausfahren konnte, hat 117 Punkte auf seinem Konto. Enrico Förderer, der bereits drei Siege auf seinem Konto hat, hat 115 Punkte. Also geht es heute zur Halbzeit schon mal darum, zwischen diesen beiden, wer wird Halbzeitmeister? Und die beiden starten direkt hintereinander in diesen ersten Wertungslauf. Und es ist sofort der Max Reis, der sich durchsetzen kann. Enrico Förderer, er kämpft im Moment noch mit Finn Grube um Platz 2 und muss sich dann als Dritter erst einmal einsortieren. Raphael Balzer dann auf Platz 4. Aber das hält nicht lange. Dann ist Enrico Förderer nach vorne gegangen auf Platz 2. Und auch der Raphael Balzer versucht an Finn Grube hier vorbeizugehen. Kommt aber dann nicht vorbei. Andererseits Finn Grube im Duell mit Enrico Förderer um den Platz 2. Und dann ist Finn Grube vor Raphael Balzer und Enrico Förderer. Enrico Förderer geht jetzt wieder vor auf Platz 2. Das ist jetzt ein ganz buntes Spielchen, das dort hinter Max Reis stattfindet. Finn Grube jetzt auf Platz 2 vor Enrico Förderer und Raphael Balzer. Aber wie lange wird sich das denn halten? Jetzt zieht es sich dann doch ein bisschen weiter auseinander. Aber Raphael Balzer versucht es unten im Tal noch einmal an Enrico Förderer vorbeizugehen. Für Balzer geht es natürlich auch darum, den Anschluss zu halten mit seinen 94 Punkten auf die beiden Führenden. Denn jetzt geht er wieder auf Platz 3 zurück. Der Deutsch-Spanier, dessen Fans hier auf der Gegengerade zu finden sind. Und Enrico Förderer, ja die Fans von Enrico Förderer, die sind genau gegenüber. Neben Vereinsheim haben die sich aufgebaut und feuern von dort aus die Startnummer 81 dann an. Ja, ideal natürlich für Max Reis mit der 28. Der dreht hier einsam und verlassen seine Runden. Neun Minuten eine Runde sind ja bei den Mikros immer zu absolvieren. Und dann, so auch heute hier in Oppenrod. Und jetzt haben sich die drei wohl mehr oder weniger ein bisschen geeinigt. Dass Finn Grube auf Platz 2, Raphael Balzer auf Platz 3 und Enrico Förderer auf Platz 4 ist. Nein, haben sie nicht. Der Raphael Balzer geht nach vorne, geht auf Platz 2. Kommt sofort der Gegenangriff von Finn Grube. Der aber nochmal abgewehrt wird durch den Raphael Balzer, der Fahrer aus Enepetal. Sein Vater Deutscher, die Mutter Spanierin und deswegen auch die Signatur auf seinem Sitzschutz in Gelb und Rot gehalten. Finn Grube auf Platz 3 unterwegs mit den Deutschlandflaggen auf seinem Helm. Und dahinter dann sehen wir den Enrico Förderer mit der 81. Und zu diesen beiden, zu Finn Grube und Enrico Förderer, gesellt sich ganz, ganz langsam, ganz klammheimlich der Mikor Mikhoff. Enrico Förderer geht wieder neben Finn Grube, geht aber nicht vorbei. Und von hinten drückt Mikor Mikhoff und auch Tom Muller auf die beiden dort vorne. Jetzt ist der Enrico Förderer vorbei an Finn Grube, hat sich wieder den dritten Platz zurückgeholt. Finn Grube ist derzeit Sechster, hat 65 Punkte auf seinem Konto. Und für ihn heißt es an Mikor Mikhoff, der Fünfter ist, mit 67 Punkten dran zu bleiben, beziehungsweise vorbei zu gehen. Und Tom Muller, der ist derzeit Vierter mit 94 Punkten, kann hier also ganz geruhsam um Platz 5 mitfahren. Dann wechselt sich das Ganze hier wieder durch Finn Grube, geht an Enrico Förderer vorbei, der weit nach außen getragen wird in dieser Kurve nach der Gegengerade. Und da ist beinahe auch noch Tom Muller mit durchgegangen. Dafür aber der Mikor Mikhoff an Tom Muller kurzzeitig vorbeigegangen und Mikhoff ist damit einen Platz nach vorne gerutscht. Vier Minuten und gleich noch 17 Sekunden sind auf der Uhr. Und Finn Grube und Enrico Förderer im Kampf um Platz 3 weiterhin dicht zusammen. Im Augenblick hält hier der Mikho Mikhoff noch dementsprechend seinen Abstand. Versucht aber weiterhin dran zu bleiben. Der Fahrer aus Wiesloch mit der Startnummer 21. Der zweite des BW Kart Cups aus dem vergangenen Jahr. Hier auf seiner Lieblingsstrecke ist der bald Elfjährige jetzt unterwegs. Da kommt die Technikflagge für die Startnummer 80. Das ist der Alexander Klügel, der einen technischen Defekt hat. Das heißt, er kann rausfahren, muss das reparieren lassen, darf danach wieder auf die Strecke gehen. Also Alexander Klügel mit technischem Defekt hier unterwegs. Und wir schauen mal, ob wir erkennen können, was dieser technische Defekt denn ist. Max Reis hat auf jeden Fall eine sehr, sehr sichere Führung im Augenblick inne vor Raphael Balzer, der ebenfalls einen sehr sicheren zweiten Platz im Augenblick einnehmen kann. Und das würde bedeuten, in der Meisterschaft würde Max Reis erstmal sich lösen von Enrico Förderer, der hier als dritter 16 Punkte erhält, 9 weniger als Max Reis. Und damit würde der Abstand auf 11 Punkte vor den morgigen beiden Läufen dann anwachsen. Vorausgesetzt, es bleibt bei diesem Stand. Und für Raphael Balzer, der würde 20 Punkte bekommen und wäre dann ebenfalls ganz dicht an den beiden Führenden erstmal dran. Aber noch haben wir eine Minute und 20 Sekunden auf der Uhr in diesem Lauf. Aber das Feld hat sich jetzt ein bisschen aufgeteilt. Auch diese Vierergruppe hinter Balzer mit Enrico Förderer, mit Finn Grube, mit Mikko Mikov und Tom Muller hat sich jetzt schon ein bisschen sortiert. Da wird nicht mehr viel kommen. Und ein sicherer siebter Platz ist im Moment für Tom Reger reserviert, der hier ganz allein fast seine Runden dreht, der neunjährige aus Groß-Groß-Umstadt. Ja und vorne weiterhin Max Reis unterwegs. Der deutsche Karts Lallopmeister von 2016 bei seinem ersten Auftritt in Oppenrod mit der Eurotax Max Challenge kommt es gleich dann zum Sieg bei ihm. Um Platz 8, 9 und 10. Da wird ebenfalls noch hart gefeitet zwischen Alessio Ladan, zwischen Jonas und Gnader und Taim Saleh. Wenn es gleich in die letzte Runde gehen wird, Max Reis also jetzt mit einer Führung von, ja ich fast drei Sekunden, wenn nicht sogar über drei Sekunden Führung jetzt für Max Reis. Schauen wir mal uns das an. Jawohl, 3,1 Sekunden. Ja und da werden auch schon die spanischen Flaggen geschwenkt bei seinen Fans im Augenblick für Raphael Balzer, der hier als Zweiter aus diesem Wertungslauf kommen wird. Dahinter auf jeden Fall auf Platz 3 Enrico Förderer. Auch der wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Auf diesen letzten Meter wird Dritter werden vor Finn Grube. Aber Tom Müller und Mika Mikhoff, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die sind noch dicht zusammen, während vorne jetzt Max Reis gewinnt. Vor Raphael Balzer, der die Arme hochreißt, der jubelt über seinen zweiten Platz für Raphael Balzer. Wie bereits in Kerpen, als er Dritter, Zweiter und zum Schluss Sieger wurde. Dort in Kerpen hat er auch sein erstes Rennen gewonnen. Enrico Förderer wird Dritter, Finn Grube wird Vierter, Tim Müller holt sich auf den letzten Meter noch Platz 5 vor Miko Mikhoff. Tom Reger auf Platz 7, Thaym Saleh wird Achter, Alessio Ladern dann als Neunter, Jonas Ungnader wird Zehnter. Luis Reichel kommt als Elfter über die Ziellinie. Einige wenige Tage nach seinem elften Geburtstag holt er sich hier Platz 11 und auf Platz 12 kommt Luis Detting. Dann an. Ja, da sehen wir das Ergebnis noch einmal. Max Reis vom NACE Racing Team. Er gewinnt vor Raphael Balzer und Enrico Förderer, beide vom Beulekart Racing Team. Noch mal an. Ja, da sehen wir uns. Bauteinander. Ja, da sehen wir uns. Wagchi erzeugt, unseren bloodstift ab that side der Rennen. village der Rennen. Nein, da sehen wir uns. Wir sind in der Rennen. Physik给et ihr Platz 10, Verspielen. Bei euch ist Karte. Untertitelung des ZDF, 2020